Neue Szene und bitte! Verliebtes Paar? Bereit? Wir machen gleich eine glückliche Familienszene. Wir besuchen die Hauptfigurenschule. Ungewöhnlich für eine Nebenfigur. Ihr seid Hauptfiguren! Was guckst du denn so blöd? Sie sitzen falsch. Das ist für Outtakes besperrt. Die Outtakes sind böse. Mein Vater wurde umgebracht. Die Outtakes haben ihn ermordet. Er wurde verhaftet. Mein Vater war eine Hauptfigur und kein bescheuertes Outtake. Du hast keine Ahnung, wie es ist, wie wir zu sein. Ohne Musik, mit beschissenem Sounddesign. So, dann fühlen sie doch nochmal. Ich bin einfach keine richtige Hauptfigur. Meine Gefühle, die sind nicht groß genug. Was ist eigentlich mit dem, mit dem Bus? Achso, der kommt nicht. Das ist nur Kulisse. Nennenswerte Wendepunkte oder Cliffhanger in den letzten Wochen. Ich hab sie nicht verstanden! An deinem Kopf ist wahrscheinlich nur Stummfilm. Emotionen, 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 Emotionen. Eing. 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 Fühl machines begin! Hallo, ähm, ich, äh, hab hiern Cameo. Wisst ihr, wo ich da hinten muss? Da hinten rechts. Ah ja, danke. Kein Ding.